Gut, schade, sehr gut, ach Siri, ich will mich verarschen, nie im Leben, also ich gehe nach Hause. Ja, muss einer was sagen, Tyron, schneller, 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 schneller und nicht zugucken, Tyron, nicht zugucken, nicht joggen. Oh, jetzt kommt eine Bombe, jetzt kommt eine Bombe aufs Tor, Tyron, hilf mit vorne. Das war eine Bombe. Tyron, Tyron, arbeite für dein Geld. Schneller, schnell, Tyron, schnell, steh stark. Alles gut, lass mal, lass mal, stimme morals, lass mal. Das ist alles. Kann keiner nach vorne sein, leider nicht zu gießen? Christoph Kieler ist okay. Noch nicht hinter vorne, Copper. Wenn wir ausgen cities und a mar privant ist, kommt sie nicht in einigen Minuten. Wir spielen wie Barcelona. Abseits! Abseits! Da hat er gerade woanders hingeschaut. Was soll das? Schweizer hat es gesagt. Ja, das ist richtig. Aber wir kommen gerne nach vorne. Jetzt pfeift er. Das war gar nicht. Die machen das halt clever. Die legen sich halt gleich hinten. Oh, klasse. Das kommt cool aus der Luft geluft. Super. Brems ab. Das geht nicht mehr mit. Weiter, weiter, weiter. Jawohl. Jawohl, Jenny. Jawohl. Ja. Das ist lächerlich. Guck mal, du unterbringst das Spiel so schlimm. Das ist doch gut. Die war hinten im Ballbesitz. Das ist doch gut. Ja, aber die Szene war vorbei. Die waren jetzt im Ballbesitz. Das war so gut. Komm pursuing. Komm, dann komm! Ja, komm komm, komm, komm. Raphael, ich habe hiermit gesehen, der Pfle. Es kam wissen sie noch mock, de fulfil davor nicht. Du kannst sie leben. Es war し система SitzERS… Vorами. Das ist nicht mehr zahlt. Und das er berichtet. Es ist denn allen. Schon mal Rising. Der ist geschenkt. Es war ein Fläche. Komm, spiel doch nicht. Was willst du da hinten drin? Ich bin da vorne. Ich bin eben da vorne. Ich finde jemanden der richtige... Jetzt... Das war auch Foul. Das war Foul. Das war Foul. Er hätte einen Vorteil gehabt, aber es war Foul. Das war doch kein Foul. Nach hinten zum Torwart. Ja, das war natürlich ein Foul. Aber der muss nicht das gesamte Spiel abpfeifen. Jetzt, geh, 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 geh! Jetzt! Oh! Da war der Hand noch dran! Da war doch die Hand noch dran! Schön, auf geht's! Weiter, weiter, weiter! Sehr gut! Ab, ab! Foul! Hey! Weiter, weiter, weiter! Komm mal, dann lässt man doch laufen! Junge, der hat keine Ahnung vom Treifen noch! Nach vorne, nach vorne, nach vorne! Nach vorne, nach vorne, nach vorne! Nein, ich schweife gleich! Ich bin ja auch zufrieden gegangen! Ich bin ja auch zufrieden gegangen! Ich bin ja auch zufrieden gegangen! Ich bin da gelaufen! Der macht alles kaputt, irgendwie! Auf, weg! Und ich bin ja auch zufrieden gegangen! Tschüss! Ich bin ja auch zufrieden gegangen! Wir haben ja den Ball gehackert! Freistoß! Ich habe es auch so gesehen. Ich habe es auch so gesehen. Der Halbfinale wäre schon cool. Da musst du gleich spielen. Ich glaube, der Schiedsrichter will einfach viel Spielzeit für sich. Der will oft Käufe auf das Auto machen. Der Schalter auch nicht so drinnen stehen. Das ist übertrieben. Ich habe es auch so gesehen. Ich habe es auch so gesehen. Foul. Das wäre wohl so gut. Ich habe es auch so gesehen. 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 Tyrone, 1! 1! 1! 1! 1! 1! Jetzt alle Kopfball schlagen. Aber wer soll da Kopfball machen bei denen? Der kann ja keinen Kopfball, oder? Der ist auch kein Kopfballspieler. Das war zu leise. Schau auf, Junge! War das abseits? Komm, schneller, schneller, hau! Jetzt ist ein langer Ball, komm. Ein bisschen schneller. Sehr gut. Alter! Nee. Ja, mach mal! Weiter! Ach du, meine, gut, ne! Die hat dann jetzt nicht gehört. Schnell, schnell, schnell! Jetzt kommst du, jetzt! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! 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 Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Tyron, alles! Eine Minute! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Was ist denn das? Ja, La, keine Bewegzeuge! Wir können ihn nicht ausspielen, das ist ein Problem. Wenn er keinen einmal durchziehen würde... Können tun. Na ja... Genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen hier raus bringen. Oh schön, oh schön! Mach bravo, mach bravo, mach bravo! Das ist der Bravoul. Fenster, Tyrone, Fenster! Abrollen. Tyrone, ran! Tyrone, ran! Jawohl! Jaaa! Alle gut!